Hi, mein Name ist Christian. Ich bin der Head of Manufacturing und meine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass die Produktion vom kleinsten Injektor bis zur ganzen Rakete reibungslos funktioniert. Wir nutzen nicht nur die besten Maschinen, die wir kriegen können, sondern auch ganz neue Fertigungsverfahren. Zum Beispiel hier sind wir gerade im Bereich des 3D-Drucks und hier werden unter anderem Teile für den Motor gedruckt, zum Beispiel als größte Teile die Düse und die Inventor. Besonders gut gefällt mir, dass man überhaupt keinen Unterschied merkt, ob man an der Maschine steht oder im Büro sitzt und dass es hier einfach um die Menschen geht und darum, dass jeder seinen Teil dazu leistet, diese Rakete zum Starten zu bringen. Mir macht es Spaß, im Manufacturing zu arbeiten, weil hier der Ort ist, wo alles zusammenkommt. Das Design und die Rakete, der Motor überhaupt, wurde schon entwickelt und konstruiert in den letzten 2-3 Jahren und jetzt wird alles Wirklichkeit und wir dürfen die Teile herstellen, die von unseren Kollegen schon entwickelt und konstruiert worden sind. Ich finde es gut, bei ESA Aerospace zu arbeiten, weil wir hier die Möglichkeit haben, mit wirklich den neuesten Maschinen zu arbeiten. Wir bearbeiten sehr anspruchsvolle Teile, wie zum Beispiel Turbinenschaufeln auf unseren Maschinen und gerade mit diesem sehr guten Equipment ist es uns eigentlich gerade nur möglich, diese Teile auch zu bearbeiten. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, dass bei ESA Aerospace jede Idee erstmal offen geäußert werden kann und dann diskutiert wird und dadurch hat irgendwie niemand scheu, seine Ideen zu äußern. Im Manufacturing ist es toll, dass wir hier ganz viele verschiedene Fertigungstechnologien einsetzen. Viele davon haben wir schon, manche testen wir gerade und holen sie uns ins Haus und es ist jeden Tag was Neues, was wir hier erleben dürfen.